Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Schmarrn. Schwachst du, Hätten wie schön in Lade. Ich bin Chivo. Ich bin dumm. Hattest du heute eh aus? Was? Hattest du heute eh aus? Ja. Cheetah? Nö. Doch. Wie ist die Scheiße denn jetzt rum? wo ich habe ein FTS im Ladefüllschirm Oh, Schildmann Nee, ich habe zwei, war gelogen Ja, gelogen, das ist zu viel Ja, das habe ich wieder ein, jetzt habe ich wieder zwei Oh, machini, 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 komischer Rolf, Wolfie, Spice Oh, der Tick ist voll schlecht Nix Oh, ne, Gegner Ich bin auch voll schlecht, soll ich diesmal zuerst Kuh nehmen? Ja Okay Wir haben abgemacht Jetzt geht's los Doch nicht so psycho Ich werfe ein Speer auf Bernhard Oh Oh, alter, geht hier ab Ich will gerade extrem Was läuft denn hier? Ich verstehe nicht, was hier läuft Ich bleibe mal kurz hier stehen und schau, was hier gerade so abgeht Warum wird es gerade so leckt? Oh, bei mir leckt es auch Oh, ich weiß wieso Du, 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 du Du, 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 du Du, du, du So Jetzt soll's eigentlich weniger lenken Oder eigentlich gar nicht Moist Aber es leckt sowieso immer I do Also Komma Leckt immer noch Verdammt Ich hab zumindest jetzt schon Oh, nicht Geld macht das Schaden habe ich getroffen nein ich stehe hier nur du bist so top soll ich dort bleiben ja ich geh auf hab ich ihn jetzt getroffen alter direkt extrem ich hab okay ich versteh es nicht ich versteh es einfach nicht soll ich dir helfen? nein danke ich helfe dir trotzdem geh weg die minions machen dich ganz kalt ich will defend ich will defend oh shit oh shit oh und äh 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 das glaub ich irgendwie sind wir anfangs immer gut also wenn wir anfangs gut sind verlieren wir ich will jetzt ja pessimistisch sein aber ist so meistens wenn wir anfangs schlecht sind verlieren wir meistens auch aber manchmal gewinnen wir dann auch äh äh Mann man kann beim Pfeil nicht unendlich lange gehen voll fes verschwindet einfach ohne zu fahren oh der gehittet was war ein wahnsinn fuck alter wie ich leck leck leckst jetzt bei dir und nicht mal bei mir jetzt hab ich wieder 25 erf ich hab glaub ich beide getroffen ja du möchtest schon da bleiben ne nein nein nicht getroffen nicht getroffen wäre es tot gewesen holen wir uns die altäre oder zumindest ein nein nein hier kann man einfach machen ich hab dich getroffen verplomt oder? ja es geht kein zu ja der stehe oben muss auch ausrufen oh oh ah die mich aufpassen wollen die den anderen alter auch holy shit nachdem ich hab kein einfach jetzt hab ich wieder da kann da Oh, hier liegt ein Baum. Aua. Wieso machst du das? So dumm oder was? Läck. 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 Hier ist auch wieder da. Ich tue, was ich tun muss. Sein Gegner wurde getötet. Meine Pfanne wird nicht. Meine Zeit ist nur geliebt. Oh. Das ist es. Mua. Oh, die sind schlecht. Die Schwerer. Die Schwerer. Die Schwerer. Die Schwerer. Nein, was macht die denn? Sooo Tico, geh mal weg Oh fuck Alter Ist doch schlecht Hehehe Wäre meine Mutter ein paar Minuten näher gegangen, hätte ich dir sagen können, dass du weggehen sollst Bevor du tot Ach nein Du musst dir unbedingt immer werte Aufnahme bekommen Das ist immer so, das ist bei irgendwelchen Heben der Zwerden so Ach bullshit Du musst dann nicht sagen, dass deine Mutter kommt, oder? Aha Es gibt keine Erlösung Oh Mua, der war Klaus Der Fick ist gar nicht so schlecht Oh Okay Der Wafis Der schießt auch auf einmal die Rakete Das ist die Rolle Sag mir, dass du was eh Sag mir, dass du was eh Ich will ja nicht sagen, ob ich glaube Ist doch nicht Ah, pack du Nein Oh no, ey Ich habe am wenigsten Tode Ich bin voll der Pro Oder auch nicht Ich bin voll der Ich bin längst den forums Aber egal Ich habe sie getrault und aufgehalten Und Muss mich jetzt verbissen Es gibt keine Erlösung. Alter, macht fast doppelt so viel Schaden. Heftsch. Oh ne, ich bin fast kaum. Oh man ey, ich bin schon wieder voll schlecht. Ein Gegner wurde getötet. Also wenn ich das erste mal sterbe, dann bin ich danach immer noch schlechter als davor. Wenn dann noch die Rücklader zukommt so zwischendurch wie gerade, dann kann das gar nichts mehr werden. Oh ne, was ist das? Was macht das? Lauf da einfach nicht rein. Oh dammit. Ich hab getroffen. Yay. Oh man, der Tag. Alter, werde ich hier gerade von Algen getroffen? Verpiss dich Chiba, du bist auch gleich tot. Ich werde mal der Riven halten. WTF? Wenn du jetzt stirbst, also ich bin nicht schuldig. Ich hab dich gewarnt, ne? Ich hab nie gesagt, dass du schuldig bist. Ah damn. Ich bin zweimal tot. Ich hab ne KT von 1, damit kann ich leben. Nooo. Ich bin zweimal tot. Ich hab ne KT von 1, damit kann ich leben. Ich hab ne KT von 1, damit kann ich leben. Blut vergießen hat seinen Preis. Oh gell. Alter. Wie ich hier am Tisch noch auf der Stelle stehen bleibe und weiterlaufe, ohne mich zu bewegen. Gehen die Teile eigentlich nach ner Zeit weg, oder müssen die, wenn wir uns da reinlaufen? Du solltest, ne? Also deine Leben sind nicht das allerbeste, wenn jetzt gleich wieder die eine davon aus dem Wald kommt und den Blitz macht und zu tot. Ah gut. Guck so, so meinte ich. Das war alles nur, um das zu demonstrieren. Alter, was zur Hölle machst du? Ja, wenn die da rauskommt und mich umbringt, kann ich auch nix davon ausvollziehen. Irgendwie, da ist so ein an der Waffe. Da ist so ein an der Waffe. Ja, ich hab die frei an der Waffe. Oh Gott. Ich bin verloren. Eciw. Alter. Versuch. Alter. Gott devekotiert. Und warum läufst du in die falsche Richtung? Weil ich vorher weglaufen wollte, es geht aber nicht. Warum läufst du nicht weg in unserer Lager? Das wäre sinnvoller gewesen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin ganz so schlecht. Ja, ich aber auch. Ich bin schon wieder... Haha, ich bin schon wieder schlecht. Oh, Menno. Vorhin war ich besser als du. Jetzt bin ich schlechter. Ach, 3-1 waren die. Ach, 3-1 wäre... Alter! Dreck! Haha, ich bin getroffen. Oh. Ich weiß nicht, die sind... Die haben alle irgendwie viel zu große Range und viel zu starke Ankniffe. Die sollen auch fallen damit. Das finde ich nicht fair. Ja. Das ist echt nicht sozial von denen. Sind die da wieder zu zweit? Oder dritte? Oder dritte? Oder fünf? Oder sechs? Ach, oh. Dann eben nicht. Nein. Nein. Ich habe nichts zu verlieren. Oh. Spürst du dich über mich mit deinem Nein! Dumme Wölfe. Wo sind die? Wer sind die? Du Sau! Geh weg! Scheiss, die waren dann noch. Die sind natürlich einfach Angst. Jinx, Jinx, Jinx ist so OP. Jinx ist so OP. Sind alle OP im Gegensatz zu mir. Ja. Da hättest du ruhig mal deine Ulti reinverfahren können. Wenn die da ist und ich bin bei dir. Und sie hat nur noch ein bisschen Leif. Du auch nur ein bisschen Leif. Die hätten voll viel Leif, oder? Ja. 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 Ich schreib mich auch noch jemand an. Ich weiß auch wer. Nee. Ich weiß es nicht, ob ich das sagen darf. Weil ich nicht weiß, ob der LOL-Part vor dem Ticket-Part kommt oder danach. Ja. Das sag ich lieber nicht. Und ich glaube, dass das erste Ticket-Part... Nee. Der erste Ticket-Part kommt. Sooooh. Shit, Alter. Ja, wie schicken die uns hier nur, ob das voll fies ist. Wir machen mal einen Unsinn. Nein, in der eigenen Base-Fed. Das ist so fies, ey. Okay, aber den, den krieg ich jetzt. Nee, den, den krieg ich. Oh, ich bin so schlecht. Das ist nicht mehr schön. Mach wenigstens den einen da tot. Wir sind noch schlechter als sonst, oder? Ist doch schlecht von uns, dass wir die Janks gefeedet haben. Aber ist halt mal so, ne? Was getan wird? Was getan wird? Was getan wird? Nein, nein, nein. Noch den Krieg kriegt er nicht. Nein! 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 Wir haben verloren. Mal wieder. Das war die nächste Loll-Folge. Ich glaub, das reicht für einen Part. Verloren. Fast ist Loll-Folge. Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.